Du hörst die Podcast-Lesung von 2040, Tag der Deutschen Einheit. Ein dystopischer Politthriller, verfasst und gelesen von Patrick Baumann. Kapitel 17 Wie Schnefskys Büro Matuschek muss zugeben, die Aussicht ist beeindruckend. Der Deutsche Reichstag in voller Pracht, auf dessen Dach die deutsche Flagge pathetisch von Flutlicht angestrahlt. Matuschek schaut nach links und sieht seinen Zögling, Bundeskanzler Johann Friedrich Wischniewski, wie er umständlich versucht, zwei Drinks zuzubereiten. Die pathetische Stimmung verfliegt. Wischniewski war immer weich gewesen, kein großer Polterer, kein starker Bursche. Eher ein intelligenter Mann der leisen Töne, wenn man es positiv interpretieren will. Das hat ihnen damals viel geholfen. Er war der richtige Mann an der Spitze. Weg vom Image des rumpelnden Rechten, der bei jeder Gelegenheit den Arm zum deutschen Gruß hochreißt. Das passte zum moderaten, bürgerlichen Image, das die PAD nach außen verkörpern wollte. Mit dem sie es über die Jahre geschafft hat, langsam und geduldig Mehrheiten für ihre Positionen zu gewinnen. Ja, die PAD und er, Matuschek, müssen Wischniewski dankbar sein. Er hat seine Rolle gut gespielt. Gerade, weil er keine Rolle spielen musste, sondern wirklich moderat war. Man könnte fast sagen, liberal. Jetzt jedoch gilt es zuzuschlagen. Alles haben sie vorbereitet für die nächsten Wochen. Die Volksabstimmung wird das Land verändern und ihnen die Macht sichern, die sie brauchen, um Deutschland wieder zu dem zu machen, was es einmal war. Ach was. Größer. Wichtiger. Die Nation, unter deren Führung die Welt prosperieren wird. Doch dazu benötigen sie eine harte Hand. Und die hat Wischniewski, weiß Gott, nicht. Matuschek war immer nachsichtig mit Wischniewski. Doch mittlerweile widert ihn dessen Schwäche an. Er beobachtet, wie Wischniewski einen Schluck des teuren Whiskys verschüttet, den Matuschek zu ihrem Treffen mitgebracht hat. Wie er ihn mit fahrigen Handgriffen aufwischt. Wie er in den Eiskübel greift. Kein Eis, ruft Matuschek. Und darauf sofort wieder zurückzugt. Nur einen kleinen Spritzer Wasser dazu. Endlich ist Wischniewski fertig und trägt die beiden Kristallgläser zu Matuschek. Vergisst, zwei Untersetzer bereitzustellen und hinterlässt beim Abstellen der Gläser zwei feuchte Spuren auf dem gigantischen Couchtisch, der den deutschen Steuerzahler etwa den Betrag eines Kleinwagens gekostet haben muss. Matuschek weiß schon ziemlich genau, warum Wischniewski ihn zu diesem Treffen gebeten hat. Und der Grund widert ihn an. Ich bin besorgt, Kurt. Wischniewski zieht das Ende des Satzes wie eine Frage nach oben. Runzelt die Stirn und schaut Matuschek fragend an, was seinen teigigen, weinerlichen Gesichtsausdruck nur verstärkt. Ich bin besorgt, was unsere Freunde vorhaben. Matuschek nickt dankend und nimmt das Glas. Was genau meinst du? Weston hat Andeutungen gemacht bezüglich der Volksabstimmung. Er sagte, es seien unter Umständen wirksamere Maßnahmen nötig, wenn wir die Umfragewerte nicht gedreht bekommen. Was meint er damit? Matuschek riecht genüsslich an seinem Whisky. Dann nimmt er einen Schluck. Der rauchige Geschmack verteilt sich warm in seinem Mundraum. Was glaubst du, was er meint? Ich befürchte schlimme Dinge. Weston hat in der Vergangenheit schon häufiger solche Andeutungen gemacht. Ich fürchte, er will Menschen zu Schaden bringen. Das Gesetz brechen. Er hat es nicht explizit gesagt, aber ich habe die Sorge, dass er vielleicht einen Attentat? Das ist Unsinn, entgegnet Matuschek scharf. Sag so etwas nie mehr in meiner Gegenwart. Was meint er dann? Ich musste an den Anschlag auf den Hauptbahnhof damals denken. Das hat uns politisch sehr geholfen, so schrecklich es war. Und es gab immer Zweifel, ob es wirklich Islamisten waren. Was, wenn da etwas dran ist? Er hält einen Moment inne und denkt nach. Meine Güte, das wäre furchtbar. Das würde alles ändern. Cord, sag mir, dass daran nichts ist. Schluss damit. Du redest dir da etwas ein. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja, wir brennen alle für die Sache. Wir haben eine historische Chance. Aber wir sind keine Unmenschen. Du hast da sicher etwas falsch interpretiert. Wischniewski ist noch nicht überzeugt. Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich weiß, wir haben ein historisches Projekt vor uns. Wir retten dieses Land, keine Frage. Aber es gibt Grenzen, die dürfen wir nicht überschreiten. Der Zweck heiligt doch nicht alle Mittel. Das haben wir damals nicht gemeint, als wir uns schworen, alles für die deutsche Sache zu geben, oder? Natürlich nicht, Johann. Kurt Matuschek setzt die vertrauenserweckendste Miene auf, die er hat. Lass mich mit Ranjit reden und die Sache klären. Wir werden das schon hinbekommen. Das Volk ist auf unserer Seite. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Diskussion über die Parteispenden weggeht. Das schadet uns am meisten. Und was wollen wir dagegen tun? Du wirst weiter alles leugnen. Zu keiner Zeit Kenntnisse, bla bla bla. Der übliche Kram. Es sind nur noch ein paar Tage, Johann. Nach der Abstimmung ist es egal. Dann bestimmen wir, was wahr ist und was nicht. Wischniewski schaut ihn weiter unsicher an. Er ist sichtlich noch nicht überzeugt. Doch Matuschek sieht auch Hoffnung in Wischniewskis Augen. Hoffnung darauf, dass alles gut werden wird, wenn er, Matuschek, das sagt. Keine Sorge. Ehe du dich versiehst, wirst du der letzte gewählte Kanzler der Bundesrepublik Deutschland sein. Das Einzige, was wir von dir brauchen, ist, dass du weiterhin zuversichtlich bleibst. Keine Unsicherheit in der Öffentlichkeit. Wir wissen, was wir tun und wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir machen Deutschland wieder groß. Vertrau mir. Ich weiß, dass du das kannst. Seine Worte haben Wischniewski sichtlich aufgerichtet. Der Kanzler nimmt einen Schluck von seinem Whisky, verzieht das Gesicht und richtet sich auf. Danke. Du hast recht. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Du kannst weiterhin auf mich zählen. Aber bitte, sprich mit Weston und stell sicher, dass ihr nichts Unrechtes plant. Das wäre des deutschen Volkes nicht würdig. Keine Sorge. Da ist nichts. Ich spreche nachher mit ihm. Matuschek steht auf. Ich muss los. Ich will heute noch auf den Hof zurück. Bleib stark, Johann. Bald werden wir feiern. Danke, Kort. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun würde. Ich verdanke dir alles. Du kannst dich voll auf mich verlassen. Sie umarmen sich und klopfen einander auf die Schultern. Matuschek verlässt das Büro. Im Fond seines Wagens wählt Matuschek eine Nummer. Matuschek hier. Sie hatten recht. Er schafft es nicht. Dann müssen wir es leider so machen, wie von Ihnen vorgeschlagen. Die Person am anderen Ende der Leitung erwidert etwas. Das dumpfe Blubbern, das Alisa hört, könnte auch von ihr selbst stammen. Denn sie kocht vor Wut. Vor allem auf sich selbst. Doch das Geräusch kommt aus dem Motor des schwarzen Honky Bens AMG, von dessen Rücksitz sie die Sonnenallee an sich vorbeiziehen sieht. Am Steuer, das sich wie von Geisterhand gelenkt bewegt, sitzt ein arabischer Gorilla, den sie noch nie zuvor gesehen hat und der an seinem Smartmind spielt. Glatze, Vollbart und zwölf Gehirnzellen. Muss ein neuer sein. Der AMG gehört Onkel Mahmoud. Neben ihr auf dem Rücksitz sitzt Farid, Mahmouds rechte Hand. Er hat in ihrer Mittagspause vor dem Hauptquartier der SNS gestanden, ihr zugenickt und gesagt, Mahmoud will dich sprechen. Dass sie nicht könne, hat ihn nicht interessiert. Sie würde doch sicher nicht ihren Onkel verärgern wollen. Alisa hat sich kurz umgeschaut, ob Kollegen sie sahen, und war schnell in die Limousine gestiegen. Jetzt ärgert sie sich darüber, dass sie sich so reflexhaft gefügt hat. Es geht einfach nicht, dass Onkel Mahmoud sich so in ihr Leben und ihre Arbeit einmischt. Familie hin oder her. Der AMG hält vor einem Café, über dessen ganze Breite eine Digitalanzeige angebracht ist, auf der der Schriftzug Café Morgenland 2 in bunten Farben animiert vor sich hin wabert. Als Kind hat Alisa sich oft die Geschichte anhören müssen, was mit dem Café Morgenland 1 passiert war. Böse Menschen hätten einen Brandsatz in das Café geworfen. Später hat sie von Gerüchten gehört, dass der Alfasi-Clan zuvor mehrere Drogen- und Gelddepots einer konkurrierenden Gang überfallen hatte. Der Anschlag auf das Café war ein Rachakt. Wer böse ist, ist Ansichtssache. Der Gorilla stellt den Motor ab, steigt aus, geht um den Wagen herum und öffnet Alisa die Tür. Sie steigt aus und hat sofort den süßlichen Geruch der Shishas in der Nase, an denen einige der Männer vor dem Café nuckeln. Die Männer schauen sie verstohlen an. Keiner macht einen dummen Spruch, wie sie es wohl machen würden, wenn sie aus ihrem eigenen Wagen steigen würde. Aber die Braut hier steigt aus dem Wagen von Mahmoud Alfasi. Und die Typen vor dem Café sind vielleicht einfach gestrickt, aber nicht lebensmüde. Farid macht eine Kopfbewegung in Richtung des Eingangs und Alisa betritt das Café. Drinnen herrscht ein ähnliches Bild wie draußen. An runden Tischen sitzen einige Männer, langweilen sich, diskutieren lauthals, rauchen Shisha oder sogar Tabakzigaretten. Die gleichen verstohlenen Blicke, als sie Alisa bemerken. In der Ecke sitzt ihr Onkel Mahmoud mit einem seiner Männer. Als er Alisa sieht, setzt er sein strahlendes Lächeln auf und dröhnt durch den ganzen Raum. Alisa, Vögelchen, kommt zu mir! Mit einem herrischen Nicken schickt er seinen Gesprächspartner weg, steht auf und kommt ein paar Schritte auf Alisa zu. Sie geht ihm entgegen und lässt sich widerwillig von ihm in die Arme schließen. Er gibt ihr einen Kuss auf die Stirn, drückt sie dann auf armes Länge weg und sagt, Schön wie immer! Alisa ringt sich ein Lächeln ab, murmelt Onkel Mahmoud und entwindet sich seinem Griff. Er nimmt das Grunzen zur Kenntnis und weist auf den freigewordenen Stuhl. Setz dich, Schätzchen, setz dich! Lass uns reden! Sie setzen sich. Onkel Mahmoud sieht sie eine Weile schweigend an. Dann hebt er an. Alisa, na, wieder gut eingelebt in Berlin? Was macht der Job? Alisa nickt. Danke, gut. Schön, wieder hier zu sein. Hast du deine Großeltern schon besucht? Noch nicht. Es war so viel zu tun. Bin ja gerade erst angekommen. Während sie es ausspricht, ärgert sie sich über ihre Unterwürfigkeit. Klar, mach's ja jetzt Karriere. Aber fahr sie bald mal besuchen, ja? Ja. Mahmoud greift in seine Brusttasche, zieht eine Schachtel Tabakzigaretten hervor und steckt sich eine an. Alisa, du weißt, warum du hier bist. Alisa schweigt. Ich möchte dich an etwas erinnern. Du hast eine Verpflichtung gegenüber der Familie. Du denkst, du könntest dich da raushalten, aber das ist keine gute Idee. Drohst du mir etwa, Onkel Mahmoud? Ich würde es nicht so nennen. Ich helfe dir einfach ein bisschen auf die Sprünge. Vielleicht hast du uns ja vergessen, während du weg warst. Schön wär's, murmelt Alisa. Was? Nichts. Gut, jetzt mal im Ernst. Wir haben dich nicht umsonst zur Polizei geschickt und deiner Karriere ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Meinst du, das ist alles von alleine gelaufen, so schnell, wie du nach oben gekommen bist? Alisa rollt mit den Augen. Ich weiß, dass ich einen guten Job mache. Ich habe das aus eigener Kraft geschafft. Ich war fleißig. Er schmunzelt und klopft die Asche von seiner Zigarette ab. Mädchen, versteh doch, wir sind eine Familie. Wallah, wir halten zusammen. Dein Fleiß in allen Ehren. Wir haben dich ja nicht umsonst ausgewählt. Aber ohne die Familie bist du nichts. Er schaut sie eindringlich an und entfernt das Dauerlächeln aus seinem Gesicht. Und jetzt drohe ich dir. Ich muss nur mit den Fingern schnippen und deine Karriere ist schneller vorbei, als du Quotenmigrantin sagen kannst. Alisa merkt, wie ihr warm wird und ihr Gesicht zu glühen anfängt. Warum? Warum muss das so sein? Das ist so ungerecht. Sie spürt, wie ihr die Augen feucht werden und ihr ein Kloß in den Hals steigt. Verdammt, jetzt bloß nicht anfangen zu weinen. Sei wütend, nicht schwach. Sie schluckt den Kloß hinunter und reißt sich zusammen. Was willst du? Erzähl mir doch einfach mal, was ihr so macht bei der SNS. Das scheint ja ein ganz interessanter Laden zu sein. Die SNS bekämpft Terrorismus. Das hat mit euren Geschäften nichts zu tun. Wegen der SNS braucht ihr keine Sorgen haben, wenn ihr nicht anfangt, mit Terroristen zusammenzuarbeiten. Onkel Machmuts Gesicht zuckt kurz. Dann hat er es wieder unter Kontrolle. Das macht ihr doch nicht, oder? Nein, Vögelchen, natürlich nicht. Wir sind gute Nicht-Deutsche und ehren unser Land. Das Land, das auch nach 40 Jahren noch nicht weiß, ob es uns haben will. Er grinst. Okay, Süße, hier ist ein Vorschlag. Ich glaube, ich habe was für dich. Eine Information. Aber dafür will ich natürlich auch was von dir. Er schaut Alisa an und zieht seine Augenbrauen hoch. Alisa nickt ihm zu. Die Al-Rama-Moschee in der Perleberge? Wir wissen, dass sie von euch überwacht wird. Das ist auch gut so. Das sind irre. Voilà. Die wollen den Gottesstaat in Deutschland einführen. Die muss jemand aufhalten. Kein Problem. Was willst du dann? Dummerweise habe ich gewisse Operationen in der Nähe. Er beugt sich vor, streicht seine Zigarette im Aschenbecher ab und schaut Alisa eindringlich an. Ich will nicht, dass die zufällig auffliegen, weil die SNS nebenan Großeinsätze plant. Warn mich einfach, wenn was ansteht, okay? Wir werden euch nicht dazwischen funken. Ich will nur rechtzeitig aufräumen, bevor ihr kommt. Verstehst du? Alisa zögert. Das kann ich nicht machen. Ich behindere keine Polizeiarbeit. Machst du doch gar nicht. Wir haben doch mit der Moschee nichts zu tun. Er drückt seine Zigarette aus. Im Gegenzug habe ich einen heißen Tipp für dich. Könnte dir helfen, einen guten Eindruck bei deinen Kollegen zu machen. Du hast es bei denen doch sicher nicht leicht als Anfängerin. Und als Araberin. Oder? Wenn Mahmoud wüsste, wie recht er hat. Es würde ihr auf jeden Fall helfen, bei Oskar und VK zu punkten. Allerdings nicht, weil sie neu ist, sondern weil die beiden mittlerweile sicher misstrauisch sind, ob sie Alisa trauen können, nach ihren eigenmächtigen Ermittlungen im Fall Kanter und dessen Flucht bei Alisas Besuch. Ja, vielleicht, antwortet sie und fügt vielleicht ein bisschen zu schnell hinzu. Was hast du denn für mich? Haben wir einen Deal? Kommt darauf an, was du für mich hast. Du zuerst, Vögelchen. Alisa atmet tief ein, strafft die Schulter und hebt die Stimme. Nein, Onkel Mahmoud, du zuerst. Wenn es wirklich gut ist, kann ich dir vielleicht helfen. Ha, Mädchen, wer hat dir denn Verhandeln beigebracht? Deine Mutter? Alisa kann sich ein Grinsen nicht verkneifen. Okay, hör zu. Jemand hat mich kontaktiert, um bestimmte Stoffe von mir zu bekommen. Stoffe, mit denen man eine Bombe bauen kann. Und was hat das mit mir zu tun? Ihr jagt euch doch ständig gegenseitig in die Luft. Süße, der Mann macht keine kleinen Sachen und ich kenne ihn von früher. Wie heißt er? Er hat viele Namen. Aber früher hieß er Stefan Engel. Hat mal für mich gearbeitet. Alisa schießt das Blut in den Kopf. Ihr Herz schlägt schneller. Verdammte Scheiße, denkt sie. Das ist der Name, den Kanter gestern im Auto genannt hat. Der geheimnisvolle Mann, dem Olivia Kusmin auf der Spur war. Er ist in Berlin. Sobald sie hier raus ist, muss sie Kanter Bescheid geben. Sie versucht, sich nichts anmerken zu lassen und sagt mit trockenem Mund, Was noch? Ist gut, oder? Hast ganz rote Ohren. Red weiter. Ich kann euch sagen, wann wir ihm die Ware übergeben. Ich will nur, dass ihr ihn erst hochnehmt, wenn der dir gelaufen ist. Geht um viel Geld, verstehst du? Ich habe hier ein Unternehmen zu leiten. Was hat er damit vor? Das weiß ich nicht. Er sagte nur, dass er es schnell braucht. Alisa denkt kurz nach. Aber wir brauchen Zeit, um einen Einsatz vorzubereiten. Wann soll der Deal ablaufen? Das hängt davon ab, wie schnell wir die Ware besorgen können. Ich habe ihm versprochen, mich heute Abend wieder bei ihm zu melden. Kannst du ihn hinhalten? Ihm sagen, es habe sich etwas verzögert? Heißt das, wir sind im Geschäft, Vögelchen? Ja, Onkel. Alisa lächelt. Wir sind im Geschäft. Ich dachte mir gleich, dass es riskant ist, Engel den Sprengstoff bei den Alphasis beschaffen zu lassen. Jetzt, wo wir seine Nichte im Team haben, sagt Zöllner. VK kann es kaum fassen. Das fällt Ihnen ja früh ein. Ich hatte es Ihnen doch gesagt. Oskar, jetzt ist keine Zeit für Klugscheißereien. Wenn Sie so sicher gewesen wären, dass es ein Fehler ist, hätten Sie stärker intervenieren müssen. Jetzt ist es, wie es ist und wir machen das Beste daraus. Was hat Elas genau gesagt? Dass sie von ihrem Onkel Informationen über eine bevorstehende Sprengstofflieferung an eines seiner ehemaligen Gangmitglieder hat und dass sie empfiehlt, ihn bei der Übergabe hochzunehmen. Das kommt nicht in Frage. Das ist klar, Frau von Koblitz. Die Frage ist nur, was sage ich ihr? Ich mache mir Sorgen, dass sie eine Ahnung hat. Was schlagen Sie vor? Wir könnten die Lieferung an Engel ungehindert zulassen und sie mit einem Sender versehen. Vordergründig, um herauszufinden, was Engel damit vorhat. Und ich überwache den Sender zusammen mit der Elas. Und dann sagen wir Engel, wo der Sender ist? Genau. Wenn wir ihn dann hochnehmen wollen, finden wir nur den Sender, sonst nichts. Gar nicht so schlecht, Oskar. So machen wir es. Briefen Sie die Elas und veranlassen Sie alles Weitere. Wird gemacht. Und was machen wir mit der Journalistin? Ich weiß, sie brennen darauf, ihren Fauxpas wieder gut zu machen. Wir unternehmen aber erst einmal nichts. Die Frau ist noch nicht wieder bei Bewusstsein und wir haben jetzt unsere eigenen Leute vor Ort. Sobald sie reden kann, sind wir die Ersten, die das mitbekommen. Es wäre zu verdächtig, wenn ihr direkt nach diesem erneuten Angriff etwas passiert. Lassen wir die Wogen sich etwas glätten. VK nickt. Zöllner dreht sich um, um VKs Büro zu verlassen. Eins noch. Ja. Die Zahnbürste. Was? Die Zahnbürste, mit der Kanta Elas bedroht hat. Ja. Was ist damit? Laut Aussage der JVA Moabit erhalten die Insassen Zahnbürsten eine andere Marke. Das, das würde ja bedeuten, dass, genau, soll ich, von Koblitz sieht ihn scharf an, langsam, langsam, regeln sie alles für die Übergabe des Sprengstoffs. Danach sehen wir weiter. Stefan Engel hat sich nach dem Besuch bei Mahmoud Alfasi von einem Boka am Holocaust-Denkmal absetzen lassen und spaziert jetzt die dunklen Stählen des Denkmals entlang. Über sich sieht er einen Schatten schweben. Eine Drohne der Berliner Polizei. Eine sogenannte Secu-Drone. Wie ein Kolibri steht sie einen Moment unbewegt in der Luft. Dann steigt sie nach oben und fliegt davon. Er geht weiter, vorbei an den Souvenirläden und den Buden mit Original-German-Döner-Kebab, biegt dann links in die Wilhelmstraße ab und spaziert an der britischen Botschaft vorbei, um wiederum rechts in die Straße unter den Linden einzubiegen und ihr zu folgen. Am albernen Porzbau des neuen Berliner Schlosses vorbei, bis die Straße ihren Namen in Karl-Liebknecht-Straße ändert. Dort erreicht er einen Checkpoint der SNS. Schwere Betonblöcke blockieren den Bürgersteig für Fahrzeuge. Mehrere Sicherheitsgassen sind für Fußgänger eingerichtet, die sich ausweisen und danach durch einen Body-Scanner gehen müssen, um auf den Alexanderplatz zu gelangen. Um der bedrohlichen Kulisse einen freundlichen Anstrich zu geben, sind die Gerätschaften und Absperrungen in fröhlichen Pastelltönen gehalten, hellgrün, hellblau und orange. Auf großen Infoscreens erklären animierte Figuren, wie man sich zu verhalten habe und dass das alles überhaupt kein Problem sei. Nur ein kurzer Check für eine sichere Welt. Die Figuren sehen aus wie geschlechtslose Kinder, der international anerkannte Code für Harmlosigkeit, gerne eingesetzt in absolut nicht harmlosen Situationen. Engel schnaubt verächtlicht. So läuft das. Mach den Leuten Angst mit übertriebenen Sicherheitsmaßnahmen und wiege sie dann mit Bonbonfarben und Kindercomics in scheinbare Sicherheit. Zuckerbrot und Peitsche der Terrorismusabwehr. Maximale Verunsicherung der Bevölkerung garantiert, genau wie deine Wiederwahl, weil du für Sicherheit sorgst. Ein SNS-Mann in hellblauer Kampfmontur prüft Engels ID auf dessen Smart Mind und grunzt Herr Stevenson. Auch er spricht den Namen in seiner englischen Sprechweise aus. Engel nickt Ja. Der SNS-Mann schaut ihm prüfend ins Gesicht, reicht ihm dann sein Smart Mind zurück und bedeutet ihm mit einer Kopfbewegung, dass er passieren könne. Engel geht ohne Probleme durch den Body-Scanner und verlässt den Checkpoint auf der anderen Seite. Kurz darauf meldet sich sein Smart Mind. Anruf von Schneiderei Alfasi Annehmen, sagt Engel. Ja. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Gute und Schlechte. Und zwar, wir können alle gewünschten Stoffe beschaffen, das ist die gute Nachricht. Und die schlechte, es wird einige Tage dauern. Wie lange? In zwei, drei Tage, wenn alles glatt geht. Lässt sich das nicht beschleunigen? Leider nein. Sie haben ja recht exklusive Ware bestellt, wenn ich das so sagen darf. Na gut, sorgen Sie dafür, dass es nicht länger dauert. Aber sicher, ich melde mich bei Ihnen, sobald ich einen genauen Termin nennen kann. Haben Sie einen schönen Tag. Sie auch. Engel beendet das Gespräch. Das war die Podcast-Lesung von 2040 Tag der Deutschen Einheit. Bitte bewerte den Podcast auf iTunes oder dort, wo du ihn hörst. 2040 Tag der Deutschen Einheit erhältst du als E-Book auf Amazon und als Taschenbuch im Buchhandel. Mehr über mich und meine Arbeit erfährst du auf meiner Website unter patrick-baumann.de und dos und ist das ist